Natur und Umwelt ein wertvolles Erbe, aber der Mensch treibt ein riskantes Spiel mit der Zukunft seiner Nachkommen. Viele Menschen lebten im scheinbar sicheren Glauben, Atomkraft sei beherrschbar, bis zum März 2011. Das Undenkbare, das Unmögliche, das Unfassbare war plötzlich erschreckende Realität. Fukushima, der Auslöser auch für die umweltpolitische Wende in Deutschland. Merkel zog die Notbremse, das Aus für die Atomkraft. Das Atomgesetz wird novelliert. Damit wird bis 2022 die Nutzung der Kernenergie in Deutschland beendet. Unsere Devise heißt, Unternehmen, genauso wie Bürgerinnen und Bürger in Deutschland, müssten auch in Zukunft mit bezahlbarem Strom versorgt werden. Und deshalb wollen wir die erneuerbaren Energien schneller zur Marktreife führen und effizienter gestalten. Effizienter gestalten? Deutschlands Weg zur Energie der Zukunft soll also grün sein. Eine tolle Vision, doch vorerst explodieren die Energiekosten. Darunter leidet vor allem auch die deutsche Industrie. Wir stehen im internationalen Wettbewerb. Unsere Güter sind hochpreisig. Sie sind zwar innovativ. Und wir stehen natürlich im Wettbewerb mit Staaten, deren Energie- und Strompreise um 20 bis 40 Prozent unter denen unserer Unternehmen liegen. Der Energieexperte Lorenz Jarras analysiert und bewertet seit 30 Jahren das System der Energieversorgung in Deutschland. Er weiß, worauf es jetzt in erster Linie ganz dringend ankommt. Das oberste Gebot ist, dass wir weiterhin eine gesicherte Stromversorgung haben. Was wir nicht wollen, ist, dass es immer wieder zu Blackouts, zu Stromstörungen kommt. Das ist das oberste Gebot. Die Stromversorgung sichern. Aber wie? Die Notausgänge aus der aktuellen Energiekrise heißen Windkraft- und Solaranlagen. So denkt die Politik. Sinnvolle Alternativen wie Kraft-Wärme-Kopplung werden noch stiefmütterlich behandelt. Gerade sie wären hilfreich. Wir müssen den Netzumbau realisieren, der für die angemessene Integration der erneuerbaren Energien erforderlich ist. Und das fordern auch Wirtschaftsverbände. Sie fürchten gravierende Produktionsausfälle, falls die Netze noch öfter zusammenbrechen. Wolfgang Wolf ist Industriechef im für Deutschland so wichtigen Standort Baden-Württemberg. Vor allem im Süden wurden Probleme mit der Energieversorgung. Was deutlich wird, ist natürlich, dass wir erhebliche Strompreissteigerungen haben. Dass wir eine erhebliche Verunsicherung haben, ob denn die Versorgungssicherheit gewährleistet ist. Und vor allem, wie die wettbewerbliche Situation weitergeht. Ein Ziel der Regierung ist der Bau von Offshore-Windparks. Aber um Strom von der See Richtung Alpen zu leiten, bräuchte man 4.200 Kilometer Stromtrassen. Bisher gibt es 120 Kilometer. Ein Planungsirrsinn. Die Offshore-Energie ist extrem kostenintensiv, extrem riskant. Und die Wartung der Offshore-Windkraftwerke ist extrem problematisch. Planungsunsicherheit und steigende Energiekosten belasten also die Unternehmen. Und was passiert, wenn Windkraft und Photovoltaik nicht ausreichend Energie liefern? Dann drohen Maschinen stillzustehen. Christian Grothold leistet mit seinem Unternehmen Pionierarbeit in der Energieversorgung von morgen. Er produziert Blockheizkraftwerke. Leistungsstarke Aggregate, die jedem Unternehmen die Energieversorgung sicher garantieren. Jetzt muss man natürlich klar auch zugrunde legen, dass der Wind nicht immer ausreichend bläst und auch die Sonne nicht immer ausreichend scheinen kann. Da gibt es also in den Zeiten dieses Mangels an Strom, an regenerativer Stromproduktion, die Notwendigkeit trotzdem sicher zu versorgen. Und da kommen jetzt die Blockheizkraftwerke ins Spiel. Blockheizkraftwerke, auch Energiebedarfswerke genannt, können Strom und Wärme produzieren. Und sie sind überall einsetzbar. Das Ganze findet dann dezentral oftmals statt, diese Anwendung. Das heißt, dort vor Ort, wo Bedarfssituationen gegeben sind, für Elektrizität und für Wärme, dort werden diese Geräte eingesetzt. Wir haben auch keine Transportverluste somit. Und das ist eine hocheffiziente Art und Weise. Kraft-Wärme-Kopplung gibt es seit Jahrzehnten. Wirklich geschätzt wird ihr Wert erst jetzt. Und so funktioniert das kleine Wunderwerk der Energietechnik. Ein mobiles Energiebedarfswerk kann dank seiner geringen Größe an oder in jedem Gebäude angeschlossen werden. Es arbeitet und funktioniert einfach und dabei mit einer sehr hohen Energieeffizienz. Der Antrieb kann mit verschiedenen Brennstoffen erfolgen. So wie hier in diesem Beispiel mit Erdgas. Ein Aggregat mit einem Motor und einem Generator erzeugt Strom sowie gleichzeitig Wärme. Diese Mischung aus Kraft und Wärme, die sogenannte Kraft-Wärme-Kopplung, ermöglicht ein hohes Einsparpotenzial an Energie und den damit verbundenen Kosten. Auch Kälteenergie kann jederzeit von solch einem Aggregat geliefert werden. So kann Energie an jedem Ort und zu jeder Zeit da produziert werden, wo sie auch tatsächlich verbraucht wird. Beispiel Hamm in Westfalen, Sitz des größten Mühlenbetriebs in Deutschland. 250.000 Tonnen Weizen werden hier jährlich verarbeitet. Ohne sein Blockheizkraftwerk würde der Betrieb nicht überleben. Nach meinem Gefühl sparen wir durch dieses Blockheizkraftwerk mindestens 200.000 bis 300.000 Euro pro Monat an Energiekosten ein. Wir haben schon immer auf unseren Energieverbrauch geschaut und wie wir den optimal darstellen können. Also wenn wir das Blockheizkraftwerk nicht hätten, könnten wir einpacken im internationalen Wettbewerb. Auch die erste Garde der deutschen Industrie setzt verstärkt auf die Vorteile der Blockheizkraftwerke. Thomas Herrmann von der Hoch-Tief AG schätzt vor allem die Planungssicherheit bei den Kosten. Wir sind in der Lage, die Betriebskosten und die Kosten zur Erzeugung von Strom und Wärme über die gesamte Vertragslaufzeit zu fixieren. Hoch-Tief nutzt die Modelle der Augsburger Leasing. Deren Vorstand Jens Westner bietet ein Konzept an, das es jedem Unternehmen investitionsfrei ermöglicht, die wirtschaftlichen Vorteile dieser Technik zu nutzen. Bis zum Jahr 2020 werden Blockheizkraftwerke einen wichtigen Beitrag zur Energiewende geleistet haben und weiterhin als hocheffiziente Technologie deutschen Unternehmen zur Kostenreduzierung im Energiebereich dienen. Für jedes energieintensive Unternehmen in Deutschland ist es wichtig, den Einsatz eines Blockheizkraftwerkes zu prüfen. Die AL Augsburger Leasing wird in den kommenden fünf Jahren vielen Unternehmen in Deutschland durch den Einsatz mobiler Blockheizkraftwerke zur Reduzierung ihrer Energiekosten verhelfen. Was für Unternehmen heute schon sinnvoll ist, kann morgen die Energieversorgung Deutschlands bestimmen und das ermöglichen, was die Kanzlerin in ihrer Regierungserklärung forderte. Wir alle gemeinsam können, wenn wir es richtig anpacken, bei diesem Zukunftsprojekt ethische Verantwortung mit wirtschaftlichem Erfolg verbinden. Der Standort Deutschland war immer Vorreiter für technische Innovationen in Europa. Energiebedarfswerke und Kraft-Wärme-Kopplung – der beste Weg für die Energie der Zukunft. Energiebedarfswerke und Kraftwerke und Kraftwerke und Kraftwerke und Kraftwerke und Kraftwerke. Untertitelung des ZDF, 2020